Einen schönen guten Morgen, mein Name ist Christian Zoller, ich bin Analyst bei Börsedaily.de und ich präsentiere Ihnen den ING Markets Morning Call für Montag, den 12. Februar. Gut, und wir beginnen am heutigen Montag zunächst mit der Allianz Aktie, die ja am Freitag, wie erwartet, zunächst weiter abgegeben hatte. Wir sind dann auch hier direkt im Bereich um den 50er EMA der dunkelblauen Linie, die aktuell bei 241,76 Euro notiert, sowie etwas über der oberen Begrenzung der Ichimoku-Wolke dann wieder nach oben abgedreht. Im Tagestief lagen wir am Freitag bei 241,15 Euro, danach ging es wieder aufwärts und wir sind dann bei 243 Euro etwas höher aus dem Handel gegangen, zudem mit dieser sehr bullischen Tageskerze, mit dem langen unteren Schatten und dem kleinen Kerzenkörper. Der übergottene Aufwärtstrend ist weiterhin klar intakt und die Verteidigung des 50er EMAs deutet ebenfalls auf zunächst eher wieder steigende Kurse hin. Es bleibt dann aber abzuwarten, wie weit dann der erwartete Anstieg geht, ob wir dann möglicherweise hier bereits im Bereich um den 10er EMA dann wieder nach unten abdrehen, das wäre dann ein bärisches Signal, oder ob ein nachhaltiger Durchbruch über den 10er EMA gelingt, der derzeit bei 245,35 Euro notiert. In diesem Fall wäre dann auch mit einem weiteren Hochlauf zum Widerstand bei 250 Euro zu rechnen, sowie zum Verlaufshoch bei 250,40 Euro. Gut, wir machen dann weiter mit der Ölsorte WTI oder WTI. Wir sind hier seit dem Verlaufstief bei 67,76 Dollar in einem Aufwärtstrend unterwegs, der sich in den Kontenhandelstagen möglicherweise noch bestäunigen könnte. Es kommt darauf an, ob wir hier die obere Begrenzung der Ichimoku-Wolke nach oben durchbrechen können. In diesem Fall würde ein langfristiges Long-Signal generiert werden, genauso wie wir das bereits in den Vormonaten hier hatten, wo wir über der Ichimoku-Wolke immer weiter angestiegen sind, bevor es dann zu einem Abwärtstrend kam und wir dann hier die steigende Ichimoku-Wolke nach unten durchbrochen haben, damit ein Short-Signal generiert wurde, was auch durch die bärische Übersteidung des 10er EMAs unter den 50er EMA hier bestätigt wurde und wir haben dann einen weiteren Kursrückgang durchgeführt bis zum genannten Verlaufstief hier bei 67,76 Dollar. Gelingt also hier ein nachhaltiger Durchbruch entweder nach oben direkt oder zur Seite aus der Ichimoku-Wolke, würde ein langfristiges Long-Signal generiert werden, mit in der Folge höchstwahrscheinlich dann weiter steigenden Kursen. Aktuell sind wir am Freitag nach dem Anstieg hier mit einer bärischen Tageskerze aus dem Handel gegangen, mit einem langen oberen Schatten und dem kleinen Kerzenkörper. Möglicherweise stehen wir zunächst vor einem Rücklauf und könnten erneut hier den 50er und 10er EMA antesten, die derzeit im Bereich von ungefähr 75 Dollar notieren. Dann kommt es darauf an, ob es hier zu einem Durchbruch nach unten kommt oder möglicherweise eher zu einem Abprall nach oben und weiter steigenden Kursen. Gut, und dann kommen wir zu der Aktie von Rheinmetall. Rheinmetall ist weiterhin in einem Aufwärtstrend hier. Wir haben am Freitag ein neues Verlaufshoch erreicht bei 338 Euro, nachdem zuvor hier das Verlaufshoch bei 337,90 Euro erreicht wurde. Wir befinden uns zudem hier seit Monaten über dem 10er EMA weitgehend. Korrekturen laufen leicht unter dem 10er EMA aus, was ja in der Regel üblich ist bei normalen Korrekturen. Bei Korrekturen in der Extension wird dann in der Regel zunächst der 50er EMA die dunkelblaue Linie angelaufen. Und wir stehen also hier möglicherweise bei Rheinmetall vor weiter steigenden Kursen langfristig, vor allen Dingen dann, solange wir hier über der Ichimoku-Wolke notieren. Alles deutet hier zunächst auf weiter steigende Kurse hin. Die bullische Tagesketze hier vom Freitag mit dem langen unteren Schatten und dem kleinen Kerzenkörper, etwas über dem 10er EMA wurde am Freitag bestätigt. Es ging dann weiter aufwärts und höchstwahrscheinlich wird sich der Aufwärtstrend dann auch weiter fortsetzen. Gut, wir schauen dann noch die fundamentale Bewertung an von Rheinmetall. Da sehen wir, dass sich hier die Gewinn pro Aktie, die Earnings pro Aktie in der Regel hier von Jahr zu Jahr erhöhen und auch vor allen Dingen in den kommenden Jahren deutlich ansteigen dürften. Zudem auch die Dividende, das ist hier diese weiße Linie, in den kommenden Jahren deutlich ansteigen dürfte. Wir befinden uns hier in einer etwas übertriebenen Bewertung. Die normale Marktbewertung wäre hier diese orange Linie, die ja in den kommenden Jahren hier kräftig ansteigt. Insofern ist mittel- bis langfristig hier höchstwahrscheinlich wieder mit einem Kursrückgang zu rechnen. In dem Bereich dieser orangenen Linie kurzfristig ist aber, wie wir gerade im normalen Chart gesehen haben, mit einem weiteren Anstieg zu rechnen. Gut, und dann kommen wir zum DAX im Tagesschart. Da sehen wir, dass die Seitwärtsbewegung, die sehr lange Seitwärtsbewegung schon immer noch weiter geht. Wir befinden uns unverändert hier unter dem Widerstand bei 17.000 Punkten. Ein Durchbruch nach oben ist nur sehr kurzfristig gelungen mit dem Verlaufsbruch hier bei 17.060 Punkte. Auch über dem 10er EMA weitgehend halten. Kursrückgänge werden direkt wieder unter dem 10er EMA hochgekauft. Und auch am Freitag sind wir dann hier wieder etwas höher bei 16.958 Punkten. Direkt zwischen dem Widerstand bei 17.000 Punkten und dem 10er EMA aus dem Handel gegangen. Wir werden sehen, ob es hier noch zu einem Durchbruch nach oben kommt oder ob wir dann doch hier am Widerstand um 17.000 Punkte nachhaltig nach unten abprallen und dann zunächst Kurs nehmen auf den 50er EMA mittelfristig und die obere Begrenzung der Ichimoku-Wolke derzeit ungefähr im Bereich von 16.600 Punkten. Zu beachten ist weiterhin die Saisonalität in US-Wahljahren ist unverändert mit ungefähr steigenden Kursen bis Mitte Februar zu rechnen. Und in der Folge könnte es dann oder es wird angenommen, dass in der Folge dann eine deutliche Korrektur stattfindet. Insofern läuft die Uhr bei der Saisonalität, der Rückenwind der Saisonalität für den DAX aktuell schnell ab. Das bedeutet in der neuen laufenden Woche und bis Ende der neuen Woche bzw. ab Anfang der kommenden Woche ist dann eher mit Korrekturen zu rechnen. Gelingt hingegen ein Durchbruch über den Widerstandsbereich um 17.000 Punkte, dann wäre ein weiteres buddisches Signal generiert und zudem würde dann die Marke von 17.300 Punkten, die wir ja oft genannt haben, als Kursziel der Aufwärtsbewegung wieder in Reichweite rücken. Gut und damit wären wir dann auch wieder durch mit dem ING Markets Morning Call für den heutigen Montag. Ich melde mich später noch mit dem ING Markets Chartflash und dann am morgigen Dienstag wieder mit dem ING Markets Morning Call. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg im heutigen Trading und bis später. Vielen Dank. Vielen Dank.